Unser Chefreporter Steffen Schwarzkopf ist bereits seit Tagen für uns in Thüringen. Gestern Abend war er bei einer Watchparty in Weimar, hat das Ganze live verfolgt. Heute Morgen bereits mit Thüringern gesprochen, aber auch mit Politikern im Landtag. Steffen, wie würdest du das einschätzen? Also dieses TV-Duell, wird es tatsächlich Bewegung in den Wahlkampf bringen? Und vor allen Dingen hat man jetzt auch ein Mittel, um Höcke tatsächlich zu entlarven, ihn regelrecht zu fortzuführen, um seinen Mythos in dem Sinne auch wieder zu brechen? Also es ist für mich schwer zu beantworten, aber natürlich ist das Thema heute auch hier im Landtag und ja, auch bei den Menschen auf den Straßen, wie man vielleicht sehen kann. Wir hatten heute hier auch die Möglichkeit. Lass das jetzt mal sein hier, Alter. Alter, halt dich mal zurück jetzt hier. Also wir sehen die Emotionen, die kochen hoch. Was ich aber sagen kann, ist, dass das natürlich bei den Parteien auch diskutiert wird. Und ich glaube, wir müssen an dieser Stelle einmal kurz hier zurückgehen. Ja, Steffen, wir werden jetzt unterbrechen. Es geht jetzt, wir müssen jetzt abbrechen. Sie sehen also, es ist eine aufgeheizte Situation in Thüringen. Offenbar Anhänger von Björn Höcke, dem Rechtsextremisten von der AfD, versuchen unsere Live-Schalte zu unterbrechen vor dem Landtag in Erfurt. Wenn sich die Situation beruhigt hat, dann werden wir noch einmal zu Steffen nach Erfurt schauen. Aber Sie sehen, es ist eine schwierige Situation und wie die AfD ja auch mit der Pressefreiheit umgeht, das ist ja auch ein bekanntes Thema. So wurde zum Beispiel gestern keine Medienvertreter zugelassen, bei der Watch-Party der AfD mit dabei zu sein und das Ganze zu filmen.